Höret, höret, aufgeblickt, ihr kleinen Knappen, unten am Borden Glied, machen zwei glatt rasierte Ritter mal wieder Scharlatan. Mit dabei natürlich Sir Kreis, The Shaved Knight. The Shaved Knight. Sie kannten ihn unter The Shaved Knight, mit seinem Billy Bob Haarschnitt. Ja, oh Gott. Ja, war der Billy Bobbickste von allen. Er hatte den Billy Bobbicksten. Sie waren leicht gelockt am Ende. Oh Gott, oh Gott. Das war ein Hammerschwinger, du. Woher reingehämmert? Da war Hammer Time drin. Uiuiui. Alter. War ein Borden Glied. Fünf Mann hier. Sechs Mann. Alter, tausend Mann. Oh, keine Chance. Alter, ich hab... Woher kommen die denn alle? Ich hab das ganze blaue Team mit nach hinten gelockt. Ja, aber woher kamen die denn? Auf einmal standen die da in meinem Gesicht. Also wirklich, es war ja der Wahnsinn. Die sind da einfach so ins Gesicht gespawnt. Aber einen konnte ich noch totpieksen da in der Bande. Warum dauern die Spawns auf einmal so lange? Wir sind ein bisschen zurückgesetzt. Keine Ahnung, schlechtes Spawn-Timing. Hatte ich aber auch. Letztens hab ich irgendwie 30 Sekunden oder sowas gehabt, wo ich auch dachte, jo geil. Ich find das gut, was mir gestern aufgefallen ist, was sie in dem Spiel halt gut hingekriegt haben. Dass du, wenn du im Spiel drin bist und dich hier prügelst, dann hast du richtig Action, ne? So, dann ist hier richtig was los. Kampf links, Kampf rechts, so, ne? Du musst richtig gucken, dass du irgendwie klarkommst. Und wenn du dann aus dieser Draufsicht guckst, dann siehst du eigentlich, wie wenig los ist. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ne? So, Adam, haben wir schon mal erledigt. Was ist mit... Der gute alte Adam. So, noch ein Kopf auf meiner Liste. Hier, zack. Mach da nicht so lange rum. Oh, Kreis braucht Hilfe. Guter Fighter hier. Oh, der wird umgeschubst. Oh, der macht einen Roller. Oh, sein Bein. Der hat ihm so vor das Schienbein gehauen. Das ist mein einziges Schienbein, was ich noch hab. Das andere Schalen. Ich hab doch schon eins verloren. Das hab ich meinem Großvater als Schienbeinspende gegeben damals. Die Schienbeinspende. Er brauchte dringend Schienbeinspende. Ja, aber das ist jetzt der neue Trend in der plastischen Chirurgie. Oh, ich hätt gern Schienbeine wie... Alter, was war denn das eben gerade eben? Hat irgendein Dude seine Waffe geworfen, hat damit drei Meta niedergerungen. Die Leute lassen sich jetzt Schienbeine machen wie Elon Musk, weil das erfolgsversprechend ist. Erfolgsgeschienene Gebein. Ey, wir verlieren gerade. Obwohl wir... Wir wollen wieder ein bisschen... Au. Nein, nein. Na doch schon. Na, jetzt nicht mehr. Ey, ich brauch ewig zum Respawn. Hier robbt irgendeiner rum. Niemand hilft ihm. Das ist auch so geil, ne? Er sucht nach einer helfenden Hand und blutet langsam aus. Ja, ja. Ja, gut, meistens wüsste eh, die Leute handen richtig, die Kriecher. Oh, oh, oh. Jetzt gerade haben sie viel, viel gemordet. Ah, wieder hier einer weg. Das verstehe ich nicht. Warum? Fünf Mann. Weil ich hab manchmal echt... Hab ich gestern schon gesagt. Ich check das manchmal nicht. Du rennst mit sieben Mann irgendwie durch die Gegend. Dann... Ja. Und es kommen vier Gegner dir entgegen. Und... Ja. Keiner greift irgendwie den an, der dann genau dich killt in dem Moment. Also es ist... Oh, Alter, dem hab ich Helm und Gesicht runtergeschält. Mein Banner ist weg. Das war richtig sexy. Da wurde jemand geschält. Aber dem kann ich jetzt verstehen, dass der mich trifft und mich angreift. Ui, ui, Alter, der Speedo-Ham. Gute alte Speedo-Ham. Hier geht's rund, Mann. Hier geht's rund. Warm Glade. Ist so geil, wenn du dann... Am Sonnenbrunnen. Wenn du dann so hoch fliegst, ist es als... Als wäre nichts los. Weißt du so... Nur in der Mitte kämpfen ein paar Leute, ja. Nimm mal weg hier. Andy Games for you. Hat der nicht schon mal so einen? Nee, der hieß Call Me Andy oder so. Ja, ja, genau. Der hieß Call Me Andys. Der viele Andy-Dandys. Die Andy-Bros. Alter, hinter mir ist schon wieder eine blaue Armee. What's the... Komm schon, Junge. Ey, keine... Warum? Ich gedute Lupf. Warum sind hier so viele schon wieder? Ja, ne? Es ist... Ja, Wahnsinn. Wir werden überrannt von denen. Wir führen 30 Tickets. Hier müsst ihr von der Seite rein. Und die dann schön... Genau so. Okay, jetzt bin ich tot. Aber genau so. Schön rein spritzen. Aber hier geht es gerade richtig rund. Hier ist auch wieder irgendeiner mit einer Keule. Keult den doch weg. Ey, blau überrennt uns. Blau ist im Modus der Lüste. Da ist es hochkonzentriert. Ja, ja, ja. Okay, da ist noch einer. Na, holt euch den. Alter, was war das eben gerade? Er macht gegen so einen Jedi-Jump. Ja, mit Q wahrscheinlich dann. Alter, was hat der denn hier für ein Ultraschwert? Ach, das große Messer. Das ist eigentlich ganz geil. Aber das sah ja richtig heftig aus. Mit so einer Gabelung am Ende. Prinz Big schwer. Der alte Bigs wie... Der alte Bigs Warden. Bigs Warden. Prinz Bigs Warden. Oh, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Was? Na, 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 na. Kleiner Mann. Ey, was? Das gibt's doch nicht. Meine Hits treffen nicht. Ist da ein Lag drin oder so? Nö, es läuft eigentlich normal. Oh, oh, oh. Mach mal hier. Guck mal, mach mal die Banner da weg. Gönnen denen doch nicht die Gratis-Heilung. Haut die Dinger weg, Leute. Haut die weg. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Ich habe jetzt gezählt, was ist das, ey? Ich habe den dreimal locker mit 50 getroffen. Wie kann der denn noch leben? Naja, der hat halt so einen Schienbeinschoner. Definitiver Fall von Schienbeinschonern. Damit kannst du überleben. Schütze das Schienen. Vorsicht. Wow, 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 alter, woher kommen die denn schon wieder? Ich drehe mich um, ich bin umzingelt. Ja? Crazy. Fünf Mann. Wahnsinn. Wie auf einmal alle da sind. Warte mal, Witter, ich muss noch Vorhut ein bisschen spielen. Wie auf jeden Fall alle... Achtung, Achtung, hier robbt einer. Ich robten. Da bin ich die Frage schon wieder lese. Was ist der Unterschied zwischen Takedown und Kill? Ja. Takedown ist Takedown und Kill ist Kill. Was ist der Unterschied zwischen Rot und Blau? Und zwei verschiedene Farben, Mann. Alter. Alter, der hat ein Riesenschwert, du. Wie die uns allen... Riesenschwert mich hier schon wieder. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, geil. Alter, wie die uns abgezogen haben. Die haben uns eben gerade richtig abgezogen. Press F10 for Special Dot. Das ist immer so geil, diese F10-Meme hier, ne? Ja, aber es ist ein Klassiker. Captain Moon. Alles gegeben. Alles gegeben. Es war nicht genug. Es war nicht genug. Wie viele sind durch F10 gestorben? Weiß ich nicht. Gestern aber auch irgendwie mit Dings... Ne? Irgendwie... Can't believe that the teammates are so bad, oder so. Und der andere schreibt so, Can't believe that you don't know the trick with F10, oder so. Zack. Tötet sich selbst. Was ist das? Der gute alte F10-Meme, ey. Müsst ihr eigentlich so Makros auf die Tastatur machen. Press F10 for Respect. F ist für Respect. F10 ist für Respect mal 10. Das stimmt. Und... Oh, Ruth Helm. Gut, alter Ruth Helm. Und werden wir wieder getrennt. Sind wir dann... Das rote Haus. Das rote Haus. Wir kämpfen fürs rote Haus. So, mal gucken hier, Rebellions. Weiß es. So, erstmal ein AFKler gesnackt hier. Hier überhaupt gar keine AFKler. Oh, ich hab leider Fritz erledigt. Oh, Fritz, es tut mir echt leid. Hier schön den Hammer in den Rücken. So wird gespielt. Ham to the back. Los, von hinten. Ja. Achtung. Madl. Boah, was war denn das? Woher kam es? Drei. Hä? Ja, ja. Auf einmal sind es drei Stück. Und da... Hat er sich irgendwie gerade gespalten? Und der eine hat irgendwie durch mich durchgetreten. Irgendwas ist hier mit den Hitboxen heute nicht mehr in Ordnung, hab ich das Gefühl. Nee, aber auf einmal, weiß ich, wir kämpfen dagegen, das ist ein Duden, auf einmal macht es plupp und um mich rum sind drei Typen, die an dich stammt. Und ich weiß, ich stand neben dir. Was ist da los? Das ist der neue Standard? Ja, irgendwie schon. Nö, 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 kleiner. Alter, hier ist ein Power-Mönch. Ja, ja. Hab den? Ja, der ist tot. Achtung von hinten. Oh! Ich habe auch das Versehen wieder eingekillt, Alter. Schon zweit mal 30 killt. Das hat man mal 30 killt. Alter, heute ist aber... Wenn hier mal reinspringen... Boah, was kriege ich denn hier schon wieder alles ab? Irgendwelche Bolzen und... Le Bolz... Le Bolz Johnson. Le Bolzen Johnson. Also hier könnte man eigentlich ganz gut den Sack zumachen. Das ist so eine Stelle, wenn du gut spielst, toll hausst. Hast du richtig schönen dicken Sacken. Achtung, kleiner. Wir holten hier ja ganz gut, aber ich glaube, auf der linken Seite preschen die jetzt rein, ne? Ich holde auf rechts oder links aus deiner Sicht dann. Richard ist doch ein Bot, oder? Boah, guck mal, wie viele Bots im Game sind. Alter, jetzt checke ich es erst. Ich bin ja so gut. Ich spiele richtig gut. Hier, das ist kein Bot. Das Problem ist, dass Bots halt bei Deathmatch extrem feeden auch, ne? Das stimmt, ja. Boah, ey, ich werde heute nur gearmt, Bruced. Okay, aber so viele Bots sind es dann doch nicht. Ne, es geht. Ein paar, da oben ja, das stimmt. Ein paar? Alter. Im Normalfall, also abend, nachmittags hast du so drei, vier Bots. Ja, wir haben jetzt das Spiel nur Deutsche. Das Spiel. Die schlafen jetzt noch. Die einen sind in der Schule, die anderen entnüchtern gerade. Oh, da kommen viele. Leute, beim Tollhaus, wir werden jetzt schon wahrscheinlich überrannt. Ich glaube, hier wird schon richtig reingetollt. Wow, wow, wow. Fünf Mann, fünf. Alter. Nee, ich bin gegen das ganze blaue Team alleine. Das gibt es ja nicht. Na gut, da sind noch ein paar, aber... Wir sind schon drin, oder was? Ja, hier wird schon rumgetollt. Tollen schon. Oh, was? Woher kommt die auf einmal alle? Na, aus dem Tollhaus. Nicht so toll, Haus. Nicht so toll, im Tollhaus. Wow, alter, eine Doppelenthauptung. Ich brauche hier oben drüben, Hilfe. Nee, ich bin sowas von tot. Er hat hier mal eben eine harte Doppelenthauptung durchgeführt. Ich habe keine Chance. Nee, I'm... What? Wir werden so überrannt hier drüben. Wo seid ihr denn alle? Leute, geht doch da mal bitte rein. Ist ja richtig unangenehm. Oder wie die Profis sagen, nicht Twiggy. Ist Twiggy genug. Willst du damit sagen, dass ich fett bin? Nein, Homer. Ich meine, du bist einfach nicht Twiggy. Der Dueller. Der Dueller-Handschuh. Oh. Der gehangene Mann. Ich habe mich sogar gelobt. Hey, Leute. Oh, 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 oh. Wo sind Leute? Ich brenne. Ich wurde einfach angezündet. Alter, wie schnell haben die das eingenommen? Ja, ja. Freddy Freedom hier. Der Freiheits-Freddy. Freddy kämpft für die Freiheit. Freddy kämpft für die Freiheit. Für freie Knie. Ja, da musste man früher für kämpfen, weil ein Knie war irgendwann mal was Sexuelles aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, warum. Die Menschen waren sexuell so ausgehungert. Ein schönes Knie. Also ein schönes Knie. Wo ist nochmal Knie-Fick? Das ist doch ein Stadio oder so. Keine Ahnung. Kenne ich aber, habe ich sie heuer. Das war ja gerade zum ersten Mal. Die waren Schenkel. Nee, die waren, glaube ich, Achselhöhle. Nee, nee, das sind... Kaffeemühle hier. Nee, 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 nee. Russen waren auf jeden Fall Schenkel. Damals, wenn die Soldaten nämlich total betrunken gekommen sind... Es gibt aber auch... Es gibt Achsel. Es gibt Achsel. Ich glaube, es ist in Spanien. Nee, das nennt sich, glaube ich, aber die russische Kaffeemühle. Nee, nee, nee. Die Russen sind definitiv Schenkel. Ich habe das studiert. Ich habe das studiert. Und in der... In der... Die Fried... An der... An der P-Hub-Universität. An der P-Hub-Universität. Dr. Sefredi hat mir das freigemacht. Dr. Sefredi. Er hat ne Fiesta gemacht. Si, Fiesta. I blow the horn. Alter, hier ist Jean-Dark wieder unterwegs. Eui, 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 eui. Jeanne-Arc. Ist der Griecher mal ein Pflaster, oder? Oh. Professor Nacho Vidal hat mir beigefragt, wie es funktioniert. Er hat einen Vidal-Kurs. Der koreanische Literatur der Romantik. Das ist die beste Literatur. Haben Sie einen Doktor in Literatur für koreanische Romantik? Haben Sie einen Doktor in koreanischer Literatur der Romantik? Ich schon. Und ich fühle mich beleidigt. Sie sprechen perfekt, ne? Ja, ja. Den Film muss ich mal wieder gucken. Habe ich zwar schon 20 Mal gesehen, aber der geht immer. Der geht immer. Das ist so ein richtiger, kann man immer gucken Film, weil der einfach immer geil ist. Auch wenn er halt so dumm in Anführungszeichen ist, ne? Heute darf man sowas gar nicht mehr produzieren. Ja, nur noch in einschlägigen Kreisen. Alter, was geht? Wo kommt der auf einmal her? Der war doch gerade noch zwei Mann. Ich habe gerade mit zwei Mann hier neben mir gekämpft. Woher kommt der denn? Hä? What? Die Pi-Hub-University, da welche Wirbel machen. Da mache ich einen Wirbel an der Pi-Hub-Universität. Nehmert mal eine Tröte für mich? Ah, schon mal. Ne, leider gerade keine Tröte ready. So, der eine Wagen ist schon hart am Rollen. Boah, da kommen sie angewetzt. Der schwarze Rolli. Der rollt einer. Wo ist denn der schwarze Rolli? Könnte ich nicht, würde ich gut heißen, den Film. Ne. Alter, dieses Megaschwert, toll ich es mal an. Geben damit, ich möchte mal ausprobieren. Hab ich nämlich noch nicht. Jetzt mal geklaut. Sektor 2. Boah, woher kommt ihr denn alle? Ja, Wahnsinn. Leute, lasst euch nicht von den Rampen berampen. Türe wilde Kämpfe. Was macht er hier? Bückt sich da? Hat der da gerade hinter die Mauer gekackt? Was hier für ein Ultra-Dude. Ich glaube, da hat einer hinter die Mauer gekackt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind zu viele. Und da bin ich weg. Also das Schwert ist jetzt auch nicht so pralle. Ist jetzt nicht so pralle, das Ding da. Freedom ist irgendwie gesurft. Alter, was hat er für einen Surftrick gemacht? Surfen, Turf. Der ist halt... Freedom, Freddy. Er kämpft für die Freiheit. Und auch für dich. Das ist wieder der Power-Mönch. Hardbot. Der Power-Mönch. Bütet euch für Stimulantien. Nimm nicht in Acht vor Stimulantien. Hier, so macht man das. Oh, der hat mich von hinten erwischt. Der kleine Prängler. Der kleine Prängler. Freddy Prängler. Freddy Prängler. Freddy, der Prängler-Bai. Bei? Was ist ein Bei? Bei. An der Prängel-Bai. Unten an der Prängel-Bai. Unten an der Prängel-Bai. Am Prängel-Bai auf Mykonos da beim Hamsterwürken erwischt. Hamsterwürken? Ja, es war auf Mykonos da damals. Es ist heute immer noch. Warum sitzt du? Ich habe ein Hamster gewürgt. Unten am Prängel-Bai. Wo sich die Lustbarsche wulzten. Der Phallus-Otter. Der Phallus-Otter. Ey, Kasi-Club. Der Kassetten-Club oder was? Treffen sich einmal die Woche, um die Kasis zu hören. Der Kasi-Club. Ja, so hinten. Keine Ahnung. Oh, er hat eine Alf-Kasi. Ein Folge 7 habe ich aufgetrieben. Auf dem Floh, Mann. Ey, damals meine Lieblings-Kasi war Fred Feuerstein. Wir so ein Spuk-Schloss erbten. Und eine Nacht da drin mit Barney verbringen muss. Ah, ja, okay. Kenn ich ja. Geil, Mann. Mit diesen verrückten Butlern dann, diesen drei. Der gute Kasi-Club, ey. Vielleicht können wir auch da rein. Alter, was war denn das eben gerade für ein Kill? Der war kassettenwürdig. Ah, Kasi-Club. Ja, da haben sie mich wieder, ey. Oh, Hardbot wieder weggeschrotet. Gehardbotet. Hardbot, ich meil. Ich meil. Ich meil. Ich meil, du meil. Mama, meil. Papa, meil. Mama, meil. Papa, meil. Oh, hier sind Kerzen. Geil. Da kommen alle. Von Sir Stepp-A-Lot. Alter, ein Speer hieb 94 Schaden. Das hat er mir gegeben. Ja, aber ist ja egal. Ich gebe anderen Leuten 3x 94 Schaden und die leben noch, obwohl sie nicht mal eine Rüstung tragen. Nackte Ritzer. Ja. Ey, die haben Barbarenöl. Das schmiert das ab. Kaschmir, Barbarenöl. Kaschmir, du Kaschmir. So, erstmal alle hier durchgeheilt. Schön durchgepflastert. Hier, guck mal was ist da. Kaschmaröl. Jetzt kommen sie. Hör auf zu blowen hier. Ey, blowt deine Öffentlichkeit einfach. Oh, das ist ein Nymph. Wie ist es? Too many men. Halt ein bisschen, aber das sind... Too many men. Too many sausages. Ich stecke. Ich stecke. Ich stecke. Stepknight. Stucked in der Vorrichtung. Stepknight, stepknight. What are you going to do? What are you going to do when he step for you? Gar-ja-ha. Gar-ja-ndara. Der Teufelsvögler. Der Teufelsrochen. Hey, don't blow the horn, ey. Hier, hochheben. Uncle Backpain habe ich hochgehoben. Der hat Rücken, der Mann. Der hat Rücken. Aua, au, au. Der hat doch Rücken. Jules Gévenis. Ich werde irgendwann, wenn ich wieder meinen Hammer spielen können, aber bis dahin müssen wir... Ey, jetzt lauf doch, was ist? So, ich spiele gerade ein bisschen Hammer. Ich habe irgendwie Bock. Ja, ich muss, aber ich will die anderen Klassen alle hochspielen, so, dass ich überall alle Gegenstände habe und so. Und das heißt, ich muss zwangsweise auch Bogenschütze spielen eines Tages. Oh, das wird schön. Ich hasse es, aber ich muss es tun. Es bleibt nichts anderes übrig. Was? Oh, er hat einen Freund. Die können ihn noch driveen hier. Let's go back from the sea. Ey, ey, das... Ich hasse diese Klasse. Ey, die treiben aber gut. Truck driver, having fun with travel for seas. Ja. Oh, Mann. Das gute Met. Level 7 Vorhut muss ich erreichen. Der Level 7 Vorhaut? Ja. Sonst kann ich sie nicht als Badekappe tragen. Oh, jetzt hier oben... Ey, 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 ey. Äh, wieso bin ich hier gestartet? Was? Oh, der war eben so verbrannt, dass ich dachte, er wäre ein Gegner. Burning Man. Ja, richtig Burning Man. Das ist irgendwas auch so in der Wüste, Alter. Burning Man, da hätte ich auch mal Bock drauf. Da würde ich mir richtig geben. Hätte ich auch Bock drauf. Müssen wir mal hinfahren. Geben wir uns... Ja, das wäre geil. ...irgendwie einen krassen Trip, Alter, und dann zünden wir ihn an, den großen Mann. Und dann laufen wir nackig... Dann reiten wir auch irgendein komisches Gefährt. Irgendein komisches Gefährt, nackt durch die Wüste, riden, ne? Set the life. Set the life. Ich meine, warum nicht, ne? So, um das einmal erlebt zu haben. Einmal erleben? Warum nicht? Was ist das denn für ein Ultraclown? Swizzle NL. Ihr Swizzler. Geilste war dieser Kommentar irgendwo... Hey, hey. Da gibt es ja dann... Ich werde hier durch die Gegend gepuncht. Da gibt es ja dann so diese Hashtags von wegen, ja, hier, äh... Wenn du so Urlaub machst und so Erinnerungen sammeln und bla, ne? Und da war der beste Kommentar da drunter. Ja, alles Geldverschwendung, wenn man Demenz kriegt. Weißt du das? Also die Leute haben echt keine Perspektiven mehr, ne? Ich kriege am Ende eh Demenz, warum soll ich Geld für Urlaub ausgeben, ne? Scheiße. Ich bleib da, Alter, ich brauche noch niemals. Aha, der Messer im Kopf. Oho, hilf dem Jungen. Oh Gott, irgendwas krabbelt mir in den Ausschnitt. Meine Man-Boobs werden belästigt. Mücken-Shaming. Käfer-Belästigung. Dass bei dir immer so viel Tier irgendwie auf deinem Körper ist. Ich wohne halt in der Natur. Ich auch. Du in der Natur. Klar. Guck raus, da ist ein wilder Rasen. Wow. Was? Oh, ne. Ich hab was versehen. Wie viel HP hat der denn? Das ist doch unmöglich. Das geht doch nicht. Ich hab ne Mordachs frei geschalten. Ich krieg ne Kotzachs, krieg ich bei solchen Leuten. Ey, wie erst so nackter Typ vor mir rennt, dann hat er auf einmal ne Rüstung an, dann spiert, dann ein Schild. Das war echt auch ganz witzig. Ja, und 700 HP. So läuft's bei den Bad Boys. Guck mal hier. Power Mönch. Ah, haut den weg. All on the Monk. Quatsch dem Monk. Ah, man. Äh, von allen Seiten hier wieder. Nee. Nee. Kippet nisch. Das für'n Massaker aber auch gerade, ne? Haha. Und der Bock. Okay, Ziel gescheitert. Und der Bock, wo ist Peter? Und der oben ist Glenn. Haha. Glenn, ey. Glenn ist halt einfach so'n geiler Name. Den Codjard müssen wir beschützen. Der Codjard, da hängt schon einer. Wie ist das? Freedom Freddy, haben sie aufgeknüpft. Freiheits Freddy. Hat sich selbst geläutert. Ja, da kommen sie, da kommen sie. Boys. Schützt den Codjard. Ja, die wollen direkt hier oben an das Ding, aber da gibt's nicht. Da wird... Da vorne ist schon so'n edler Ritter. Bojacka. 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 Schönen Bojacka dreifach kill hab ich gemacht. Bojacka, huu! Leute, was geht hier ab? Oh mein Gott. Hat jemand ein Brandköpfchen oder sowas? Nee, leider nicht, aber ich hab mein Horn nochmal schnell geblowt, aber dann haben sie meins geblowt. Oioioioioioioioioioioioioioioioioi, was ist das hier für ein Masako? MisterRO BOTO. Tomo ariato MisterRO BOTO. Gibt mir ein Masako MisterRO BOTO. doch hängt man hat mich wieder gelobt das ist mein schild achtung die wollen rein stürmen versuchen ihren stürmer lieben wo wo an der hinten rum und wo es geht ab weil da richtig viele leute unterwegs ja ich habe jemanden battle close the lines close the lines durch das an der entnis krieg so habe ich erledigt der wird geswiffel stammt es war so etwas waffeln dahinten zu dem hier quasi klopp ist er wieder der quasi klopp quasi klopp süd die kämpfen immer gegen dort die alten freie feuerstein höherspiele quasi klopp da ist was los quasi klopp was war doch nicht zurück gespult hätte too much honor da musste mit bleistift rein was war noch mal perfekt stabilo stifte genau die waren perfekt die stabilo stifte gibt noch so etwas dünneres endstück da kannst du perfekt die karte zurückdrehen ach so die gewinnen das ding gewinnen das ding kommen jetzt rein sind drin also da ist wieder so ein super ninja aber wir kommen jetzt mit einer großen welle das heißt wir könnten es noch mal aufhalten leute kampfschwein ich hab probleme rein 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 lass doch hier nicht von denen da hinten raus bremsen ich komm ja nicht weg der prügelt auf mich ein der dark jedi ich verstehe nicht wo alle sind ich bin gerade mit 25 mann rausgelaufen wo sind die keine ahnung wo die sind ich versuche mich gerade vor zu kämpfen aber ne ich bin tot ey leute wenn ihr euch dieses spiel kauft achten bitte darauf dass ihr nicht mit sieben mann auf eine person einschlagt das macht keinen sinn ok jetzt schützen wir hier den erbfolger das bin ich doch der erbfolger hier oben in die ecke hier oben in die ecke kannst du glaub ich nicht ich geh rein aber ich glaub nein das geht glaub ich nicht also gestern ist da einer rumgehampelt ich guck du kannst jetzt wieder rein ok das haben die verändert weil ich hab's gespielt im stream und wenn ich hier war kann ich mal da desertieren dann war es ein bug oder so ne ne ich hab dann auch noch mal das andere geschmiert mit anderen typen aber auch so eine ganz kleine fläche aber es war ja auch easy die bogenschützen konnten mich so wegsnipern sie kommen rein sie kommen rein oder banner macht den könig ich habe auch ein wuthorn ich hab auch noch ein horn ich bin ich wuthorn snufflebox wo aber die pushen leute 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 bleibt beim könig hier lauscht das horn des königs alter was hat der denn im kopf stecken die arme und schwer damit gebracht wo meine eigenen jungs schlagen mich hier gibt's doch nicht hier ich mach befehle ich spotte i am the order hier liegt ein verband auf dem boden kannst du ihn aufheben oder hast du den da hingeworfen kann man nene aber die kann man aufheben ich hab auch der könig wenn du nicht hier kommen der helft schwebt in der luft siehst du den rechts von dir hier wo ich stehe hier hier schwebt bei mir ein verband in der luft wir liegen so komische kisten war doch hier verband kann ich auch aufheben oh spaghetti verband hier oder ist das blau ja ja gehalten glän glän ist und name jetzt kann ich je keine kids mehr machen ich werde da nicht rein verkürzt nämlich scheiße auf die kids wieder einer da und ich habe ein abgefangen aber jetzt wills der ist matt doch noch hätte niemand auf alter der driver oh mein gott 6200 irgendeine punkte was war das für ein übermensch ey die kommen hier rein also ja ich komme rüber jetzt ich bin ja gerade ich müsste auch erstmal wieder respawnen also ich habe hier echt ein problem hier sind super viele leute 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 please ich bin wichtig alter hinter euch hinter euch kommt doch zum könig ich bin ich bin rip ich bin rip was ist denn los was ist das interessiert keiner hilft mir wo kann die alle häller kämpfen da vorne hinter diesen acht mann oh mein gott oh mein gott vorhut endlich verdammt noch ein bisschen was schreibt so wir sehen uns wieder in der nächsten Folge lasst eine bewertung da bis zum nächsten Mal auf wiedersehen und tschüss guckbe guckbe Untertitelung des ZDF, 2020